Helmut Müller war ein deutscher Fußballspieler, der von 1973 bis 1982 für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt aktiv war. Karriere Aus der Jugend des BSV Weißentürm hervorgegangen, wurde Müller 1973 vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt verpflichtet. Sein Debüt in der Bundesliga am 5. Januar 1974 beim 2-1-Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Krönte er mit seinem ersten Tor zum zwischenzeitlichen 1-1-unentschieden. Bis Ende der Saison 1981, 82. gehörte er zum Kader, sein letztes von 139 Ligaspielen bestritt er allerdings am 12. April 1980 bei der 0-1-Niederlage. Im Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg. Ferner absolvierte er 17 Spiele um den DFB-Pokal, 9 Spiele im Europapokal der Pokalsieger und 13 Spiele im UEFA-Pokal. Mit der Eintracht gewann er drei Nationale und einen internationalen Titel. Müller spielte dreimal für die Amateur-Nationalmannschaft, erstmals am 26. April 1974 in Rijeka. Beim 1-1-Unentschieden im Halbfinale der Amateur-Europameisterschaft gegen die Niederlande, die im Elfmeterschießen mit 4 zu 2 Toren bezwungen wurde. Letztmals am 4. Dezember 1974 in Dortmund beim 2 zu 0 Sieg über die Auswahl Italiens. Erfolge DFB-Pokalsieger 1974-1975-1981 Nach Karriereende Nach seiner Profikarriere war Müller noch einige Jahre für seinen Heimatverein BSV Weißentürm spielerisch aktiv. Bis zu seinem Tod am 1. Juni 2011 leitete Müller eine Versicherungsagentur im Heimatort Weißentürm. Helmut Müller verstarb beim Wandern in Österreich an einem Herzinfarkt.